Hallo und herzlich Willkommen meine lieben Gaming HD Freunde, ich bin's euer Fabian und ja, herzlich Willkommen zu unserem, ja, was machen wir hier? Erstmal Fahrzeugkontrolle nach dem Einsatz von gestern, erstmal Gerätekontrolle, ob noch alles da ist. Und dann kontrolliere ich das Fahrzeug noch, ob das noch Schäden hat. Das muss auch sein. Ich dachte, ich muss mit dem Kram machen. Ich wollte eigentlich nicht mit dem Kram machen, aber... So, ich bin ausgestiegen. Ich hab glaube ich ein bisschen mehr Übung mit dem Zähnchen hier. So. Ja, auf Moin Leute von meiner Seite. Das sind Erfahrungswerte, Daniel. Ja, das sagt der Richtige. Mit Felskobo und Holz arbeiten, das sind Erfahrungswerte, Fahrer, das ist weitergebaut. Ja, das weiß ich. Disconnected. Gut, ich will Kram an sich nicht anfangen. Disconnected. Okay. So. Das war ja... ach du hast den Kran gesehen ich habe mich gewundert Thomas wartet kommt zum Häcksler ja Thomas der kommt gleich wieder Thomas der muss gerade mal was klären denke ich kommst du zum Häcksler wer ich bin beim ich bin auf der Wache oh ja kann sein wenn der Daumen bleibt müsst ihr mir schreiben ne dann kriegt ihr hier ein paar Channels oder so wieso gehst du jetzt weg oder was ich bin ja hier ich wollte gerade sagen weil wir ja jetzt schon in der Aufnahme sind ja okay seit wann haben dat denn Thomas kontrolliert die Fahrzeuge noch weiter für mich ich muss jetzt wieder die Leitstelle übernehmen da haben sie mich wieder zu gedonnert muss getankt werden dann ist voll da kann ich ja mal eine Bestimmungsprüfung machen hat keinen Tank das 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 für verstanden Prozent Prozent der derzeit nicht ansatzbereit für die Bestandteile Rang und rein theoretisch verhastet das stimmt aber abwarten Antwerp von der Abbrüche wenn die Sturz-Türzler er hat ja dann ist natürlich das Glück, dass wir hier Oberflügel dran, vielleicht bei der Wache haben, aber wenn wir jetzt dann fressen... Ja, darüber muss ich auch nicht abmelden meine Meinung jetzt, also wenn wir euch auf der Wache so ist, dann verstehe ich das auch dann verstehe ich das auch Feuer 3, Fritz Meier alles klar, super mein Auto und mein Auto das weiß ich nicht, wo dein Auto ist Gönchal übernimmst du die Leitstelle, yo wir gehen raus äh, der verzeichnet, meine Brandmeister, meine Brandmeister kommen meine Brandmeister hört, fahr mit deinem Auto hin, Thomas ich schicke dich aus LLW äh, alles klar los, komm drauf du wo bist du denn zum Wald? sieht wursch, ich fahr, äh, hier das ist hinten bei hier bei dem einen, ich sag dir gleich ein Feld, okay? das ist das ist hinten bei Feld 64 65 Waldbrand Waldbrand nimm da, nimm als erstes das Telef 4000 mit oder egal, nimm den jetzt mit und das LW fährt vor, ne? Schön, dass wir die, äh, dass wir hier die Bremsen sind bei diesen Fahrzeugen so schwach eingestellt äh, stellvertretender, Gemeinemann, Meister an Leitstelle, Mann Leitstelle hört ähm, bestätigter Brand oder nicht bestätigter Brand haben sie die Meldung auf ihrem Piepser nicht gesehen? Feuer, Schein, wir wissen selber nichts genaueres ja, verstanden oha Daniel, was hast du getan? LF 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 1243 1 an äh beim Feldweg bei Feld wohnen 80 weiten Bäume auf Straße und PKW im Weg äh, negativ ich bin schon da 12, 11, 1 12, 11, hört ja, wir fahren über die Landstraße und am Wasserwerk lang ja, ist verstanden ja, ist verstanden 12, 11, 1 12, 11, 1 das ist nebenbei eine Erkundung 12, 11, 1 an 12, 43, 1 kommen 12, 11, 1, halt ja bitte äh, gucken sie schon mal aus wie es aussieht wir stellen uns zur Einsatzbereitschaft am Waldrand auf außerdem von unserer Position momentan noch kein Feuer zu sehen äh wir konnten mal langsam äh LF dem Land Fabian, kein, kein Feuer ich bin abgefahren also hier auf dieser Seite ist kein Feuer bei euch? ne bei uns ist auch nichts gewesen wir warten jetzt neuem ab wir fahren wieder nach vorne wir stellen uns da auf ja, warten wir noch weh, 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 weh uah ja, die Bremsen sind nicht gut genug normalerweise hätte ich so stehen bleiben können ja wo fällt Fabian denn lang? keine Ahnung nein, warum hat der Martin vorne auf und dann blaulicht an? ist an Fabian, siehst du das auch als an Fabian? weiß ich gerade nicht ich bin gerade im Wald ich fahr auch nochmal durch den Wald durch ja ja, Daniel fahr mal da her vielleicht sehen ein, zwei Augen mehr ein bisschen mehr hallo? sollt ihr mich da hören da oben? was? hat die irgendwie ein Feuer gesehen? die gemeindebrandmeister äh, stellvertretender gemeindebrandmeister an LW1 ist eins kommand LW hört hat die eine Feuerfeststellung? wir haben bis jetzt kein Feuer feststellen können ähm, hab aber ein Problem ich habe gerade mit einem Jäger gesprochen der sitzt in seinem Hochsitz fest ähm Leiter ist weggefallen ähm vielleicht können wir hier aber noch irgendwas machen mit einer vierteiligen Steckleiter kommen ja äh ich habe mir deinen Shoutout mit jetzt Aleph und ich sind unterwegs ja ähm vom Aleph aus vom Aleph aus Daniel auf der linken Seite ich bin jetzt links von ihm und stehen bleiben vierteilige Steckleiter mitnehmen 12 11 1 und 12 1 2 kommen 12 11 1 und 12 1 2 an 12 43 1 kommen 12 11 12 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 13 13 13 14 15 15 15 16 19 15 16 15 er kann nur ein Leitstuhl im Handbuch hört ja wir sind jetzt im Wald Feuer wird gerade vom Aleph bekämpft kleiner Flächenbrand haben nebenbei noch einen Jäger in seinem Hose zu gefunden bei dem die Leiter marode ist und zusammengeklagt ist wir haben ihm gesagt noch mit dem zweiten Aleph runtergeholt sollen ja das ist verstanden so dann hier mehr hinterher ja Fabian könnte Leithelfer gebrauchen 12 11 12 12 12 und Leitstelle an 12 43 1 kommen ja Feuer ist aus räumen ab und sind dann auch wieder auf Abfahrt zum Gerätehaus ja das ist verstanden ne Patrick du bist 12 12 und ich bin 12 11 wenn ich mit meinem Fahrzeug unterwegs bin ja und du bist 12 12 weil du ja eigentlich bist du wirklich 12 2 1 ja ist egal ich habe mir das jetzt so gedacht dann hat er die Position auch vom OBM der Wache 2 so gesehen er ist ja beides deswegen lassen wir das bei ihm über 12 12 12 laufen ja wie gesagt Feuer ist aus das war hier wie du siehst die ganze Fläche hier hatte gebrannt und warum steht mein äh ist jetzt so weit im Feuer aber egal wir sind auch abfahrt bereit also wir fahren jetzt noch tanken und dann fahren wir rein Thomas ja das ist verstanden ende ja Leute wenn euch das Video gefallen hat lasst einen Daumen nach oben da schreibt etwas in die Kommentare ciao bis zum nächsten Mal und dann Los geht's los jetzt Sis ich